Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. In diesem Video soll es mal um das Gewinnspiel gehen, das derzeit auf meinem Kanal läuft. Viele von euch haben das noch gar nicht mitbekommen und deswegen mache ich ein explizites Video dazu. Ich habe nämlich nur mitbekommen, dass die wirklich aktiven Abonnenten, die auch wirklich jedes Video von mir schauen, dieses Gewinnspiel mitbekommen haben und die Chance hatten oder haben auf drei Battle-Pässe. Aber ich dachte mir dann, wisst ihr was, ich mache ein separates Video dazu, damit auch wirklich jeder von euch die Chance darauf hat. Einfach damit es fair ist und damit es nicht am Ende heißt, ich wusste davon gar nichts oder sonst irgendwas. Ich möchte drei Leuten von euch den Battle-Pass ermöglichen und die Woche, also diese Battle-Pass-Woche 1 ist jetzt gerade zur Zeit und der Battle-Pass ist ja seit zwei Tagen wieder draußen, also die Season 5. Und deswegen dachte ich mir, wisst ihr was, ich ermögliche drei Leuten den Battle-Pass und bezahle ihn für euch. Das ist dann wahrscheinlich für die Leute, die sich den Battle-Pass selber nicht leisten können oder nicht kaufen dürfen von den Eltern aus. Viele von euch sind ja vielleicht noch minderjährig und können selber nicht irgendwie eine Pay-Safe-Karte oder sowas kaufen. Deswegen wollte ich diese Chance nutzen, auch als kleines Dankeschön, euch dann diesen Battle-Pass zu ermöglichen. Drei Battle-Pässe für euch ist für mich eigentlich kein Thema, es ist eigentlich ein kleines Dankeschön. Und ich wollte euch etwas zurückgeben, einfach weil ihr so aktiv seid in den letzten Tagen oder auch in den letzten Wochen. Leute, es ist so krank, was dann auf meinem Kanal zur Zeit abgeht. Ich stehe kurz vor den 20.000 Abonnenten und das ist wirklich eine krasse Summe. Und ich bin einfach mega stolz, dass ich das auf die Beine gestellt habe mit Hilfe von YouTube-Kollegen, die mich auch weiterhin immer noch unterstützen und auch an meiner Seite stehen. Deswegen, wie gesagt, ihr habt die Chance auf einen von drei Battle-Pässen. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen, Abonnenten von diesem Kanal sind und natürlich die Glocke aktiv haben und in die Kommentare Hashtag Tactics Army schreiben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die Dinger befolgt, weil wenn ihr das nicht erfüllt habt, dann werdet ihr nicht in der Lage sein, diesen Battle-Pass zu bekommen. Ich werde die Gewinne auslosen und werde dann über euren Kanal kontrollieren, ob ihr ein Like da gelassen habt, ob ihr Hashtag Tactics Army auch kommentiert habt. Das kann man nämlich suchen bei den Kommentaren auf YouTube. Ich kann explizit nach einer Person suchen und gucken, was er geschrieben hat. Deswegen auch ganz, ganz wichtig, dass ihr das in den nächsten Videos macht. Ich weiß noch nicht unbedingt, bei welchem Video ich das auslosen werde. Also ich werde auf so einer externen Seite einen Link von meinem Video reinposten und der sucht mir dann die Kommentare raus, randommäßig. Also nicht irgendwelche bestimmten Leute, einfach irgendeinen Kanalnamen, den ich dann eingeben kann und dann kann ich den als Gewinner sozusagen festlegen. Deswegen auf jeden Fall mitmachen. Das Gewinnspiel geht bis zum 19.07. An den 19.07. kommt dann nämlich die Woche 2 Herausforderung. Und ich dachte mir dann, pünktlich zur Woche 2 geht es ja noch. Man kann die Woche 1 noch nachholen, ganz, ganz easy. Und die Woche 2 dann direkt machen. Auslosen werde ich das Ganze wahrscheinlich dann am 20.07. Also das Gewinnspiel geht bis zum 19.07. und ausgelost wird am 20.07. Mache ich nochmal ein separates Video dazu, aber auf jeden Fall aktiv bleiben und jedes Video schauen, weil vielleicht gebe ich so ab und zu nochmal irgendwelche Hinweise oder Infos, wann ich das genau mache oder wo ich das genau mache und in welchem Video ich das mache. Deswegen auf jeden Fall aktiv bleiben und trotzdem richtig riesen, riesen Dankeschön, Leute, an alle, die wirklich aktiv dabei sind und mich unterstützen dabei, was ich hier auf YouTube mache. Teilt dieses Video gerne mit euren Freunden und ansonsten war es das von mir. Dann sage ich auf jeden Fall Tschau und Tschüss und bis zum nächsten Mal.